Hallo Leute, willkommen bei Männerlords. Dies ist Teil 21. In der letzten Folge wurde unser Herrenhaus fertig, das ja noch irgendwie recht bescheiden wirkt. Aber nun, sei's drum, aller Anfang ist schwer. Und das Herrenhaus muss ja auch nicht so pompös sein. Hauptsache, die Bewohner haben ordentliche Häuser. Und die Taverne nähert sich der Fertigstellung. Das ist erfreulich. Naja, es sind immer noch nicht alle Materialien da. Aber ich hab halt einfach ein bisschen zu viele Baustellen auf einmal hier am Laufen. Es wird aber schon besser. Also hier, diese Häuser sind fertig. Und, naja, da haben wir noch drei. Und eben die Taverne. Und ich denke mal, dann ist es grob auch schon erledigt. Und dann sollte ich nach Möglichkeit nicht so viele Baustellen auf einmal machen. Gut. Hier sollten wir jetzt noch irgendwas im Hinterhof machen. Erstmal checke ich mal, was ich hier habe. An Werkstätten. Mal ein paar Werkstätten. Habe ich ja schon einerseits die Tischlerei zum Geldverdienen. Die Schusterwerkstatt auch großteils zum Geldverdienen. Dann hier haben wir jetzt noch nichts. Ich denke mal, irgendwann lasse ich hier nochmal die Schneiderei machen. Aber das reicht auch schon fast an Werkstätten. Großartig viel mehr brauchen wir nicht. Zumindest nicht so in der aktuellen Spielversion. Und apropos aktuelle Spielversion. Der erste große Patch ist aktuell, jetzt wenn ich das aufnehme, am 11. Mai, als Beta-Version verfügbar. Und ich nehme mal an, bis ihr dieses Video hier zu sehen kriegt. Ich kann nicht so viele Videos hochladen, wie ich aufnehme. Sondern das strecke ich immer ein bisschen. Bis ihr das zu sehen kriegt, ist dieses Update bestimmt längst für alle verfügbar. Und ich spiele aber jetzt noch mit der älteren Version. Ich will erst mal abwarten, ob sich das Update bewährt. Es sieht sehr gut aus von den Features. Da freue ich mich schon drauf. Aber Updates haben ja oft die Eigenschaft, dass sie irgendwie hakelig sind. Sagen wir es mal so. Und darum warte ich jetzt ein paar Tage ab. Dann werde ich mir auch diese Beta-Version installieren. Ich spiele also jetzt möglicherweise mit einer deutlich älteren Version, als ihr gerade spielt. Wenn ihr mir sagt, oh man kann aber jetzt so und so und du machst das falsch, dann liegt das daran, dass ich mit einer älteren Version spiele. So. Und natürlich kann es auch sein, dass ich was falsch mache. Oder ich mache es halt anders als ihr. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Männerlords auf unterschiedliche Weise richtig zu spielen. Ich spiele jetzt hier in diesem Save-Game so richtig beschaulich und gemütlich. Und mal abwarten und mal ausprobieren. Und zwischendrin habe ich schon Save-Games, wo ich mit viel höherer Geschwindigkeit spiele und an einem Abend so viel schaffe, so baumäßig, wie hier in 20 Folgen. Und das ist aber dann nicht so Genuss spielen, sondern dann will ich was Bestimmtes ausprobieren. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon Videos von mir gesehen, inzwischen, wo ich euch solche Save-Games vorstelle. Wo ich sage, oh ich habe jetzt ausprobiert, wie es geht, ganz ohne zu farmen beispielsweise. Oder ich mache ein Dorf, wo der Schwerpunkt auf der Landwirtschaft liegt. Und solche Experimente mache ich zum Teil, um da auch die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. So, jetzt. Ich denke mal, ich lasse hier Eier herstellen. Haben wir hier schon mal? Da sind schon Ziegen. Ah ja, da sind schon Ziegen. Dann machen wir hier Hühner. So, Bühne. Und hier auch. So. Ja, ich denke mal, wir könnten schon noch ein paar Gemüsehöfe gebrauchen und auch mehr Äpfelhöfe. Und aber wir haben hier für acht Monate genug... Für 17 Monate haben wir genug zu essen. Und für acht Monate Brennholz. Ja, das ist eigentlich ganz passabel. Da kann man nicht meckern. Und Geld kommt inzwischen auch halbwegs rein. Ich schaue mal hier, ob ich da alle Einstellungen richtig habe. Weil... Ja, in der aktuellen Version, die ich jetzt spiele, muss man hier immer fein justieren. Weil die Preise so schnell in den Keller rutschen. Das wird mit der neuen Version besser. Da stürzt es nicht mehr so schrecklich ab, die Preise. So. Von den kleinen Schilden haben wir neun. Das ist nicht viel. Das sollte ich mal neue produzieren lassen. Und ich schalte hier mal wieder Export ein. Weil fünf ist der gute Preis. Und hier Schuhe. Ja, die werden weiter exportiert. Aber wir haben nicht sehr viele. Holzteile. Hat auch gerade noch einen guten Preis. Oder kann man eigentlich gar nicht meckern. Schafe sollte ich noch mal nachkaufen. Gut. Ich stelle jetzt hier mal den Tischler auf Schilde um. Ah, macht er schon. Wunderbar. Alles klar. Weil die Schilde kann man billiger herstellen. Und man kriegt im Idealfall genauso viel Geld wie für Holzteile. So. Jetzt stellen wir hier mal mehr Schafe ein. Nee, nicht bei der Schafzucht. Sondern hier beim Viehhändler. Sechs Schafe ist ja so gut wie nischt. Ähm. Wir haben gerade 480 Ocken. Dann gehe ich mal auf zehn Schafe. Damit nicht auf einen Schlag das ganze Geld für Schafe ausgegeben. Geben wird. So. Darum mache ich das so schrittweise. Ich glaube fast, ich kann es mal ein bisschen schneller laufen lassen. Weil das ist ja schon recht ereignisarm so im Winter. Die Häuser sind fertig gebaut. Und warte ich wohl noch auf den Fertigbau der Taverne. Und wenn die dann endlich fertig ist, dann baue ich noch ein paar neue Häuser. Und mehr Ochsen will ich auch haben. Ach, wie viele Ställe haben wir? Stallfläche für acht Ochsen. Das ist okay. Da bestelle ich gerade mal ein. Ochsen kann man irgendwie nie genug haben. Und habe ich schon ein Pferd bestellt eigentlich? Nö. Das bestellen wir mal hier. Oh. Ich kann wohl nur entweder ein Ochsen oder ein Pferd bestellen. Beim nächsten Mal bestelle ich dann ein Pferd für den Händler. Die Taverne ist fertig. Na, endlich. Hier mit dem schneebedeckten Tischen wird sich wohl keiner draußen hinsetzen. Aber bald kommt der Frühling. Und dann werden sie da in Scharen einströmen. Ja, Bierbrauen. Oh ja, wir brauchen auch von den Werkstätten auch eine Brauerei. Aber wir produzieren nur winzige Mengen Gerste. Jetzt gucke ich mal in die Melzerei. Ne, die ist hier. Da ist die Melzerei. Hier ist aktuell niemand tätig, weil wir, glaube ich, auch gar keine Gerste übrig haben. Fünfmal zusammen werden. Es lohnt sich kaum dafür, ein ganzes Haus mit einer kompletten arbeitenden Familie abzustellen. Weil bei den Häusern, also bei den Werkstätten, da kann man ja die Leute nicht entlassen und kann sagen, du machst jetzt was anderes. Sondern wenn die dann nichts zu tun haben, drehen die einfach Däumchen. Ich werde jetzt wohl, obwohl wir Gerste anbauen und fünfmal zahmen, werde ich wahrscheinlich Bier bestellen. Das ist zwar so ein bisschen irre, aber wohl durchdacht irre. Ich habe das mit dem Bier kaufen schon ausprobiert in anderen Safe Games und das hat gut funktioniert. Ja, und eben eine ganze Familie, nur weil wir im Jahr fünfmalz haben, erwarte ich, bis sich noch mehrmals angesammelt hat. Was wollte ich gucken? Ja, ich wollte gucken, ob die Zweierhäuser ansonsten hier... Na komm, reif sind für Level 3, ja. Wir haben auch zu wenig Bretter. Immer diese Bretterknarre. Denn wenn ich teuer Bier kaufe, es sollten auch die nötigen Bretter da sein. Schauen wir doch mal. Ach, hier haben wir gar niemanden eingestellt. Da kann ich jetzt jemanden einstellen. Haben wir da ein... Ein Ochsen haben wir. Gut. Wie viel Holz haben wir? 90 Bauholz. Okay. Ich glaube, es macht aktuell keinen Sinn, zwei bei der Segelgrube einzustellen. Die Segelgrube soll bei dem Update eine deutliche Verbesserung kriegen. Da freue ich mich schon drauf. Also so von den Patchnotes her für das Update, würde ich sagen, das ist ein richtig guter Wurf. Da war der Entwickler wahnsinnig fleißig seit dem Release. Und wenn da nicht irgendwie unverhoffte Störungen durch das Update kommen, dann ist das ein sehr gutes Update. Und ich freue mich da auch drauf. So. Der arbeitet. Dann warten wir einfach ab. Jetzt sind es schon zwölf Bretter. Das ist gut. Dann werde ich jetzt... ...das Bier bestellen. So. Das ist, glaube ich, hier. Wir müssen mal eine tolle Minute kaufen. Das halbe Geld ist schon weg. Und... Dann stellen wir hier vorsichtig auf Import. Und... Ich will maximal drei Bier haben. Weil die kosten 18. Das ist schon ziemlich teuer, Bier zu kaufen. Bei Militär... Die kleinen Schilden laufen gut. Da kann ich eigentlich auf Null runtergehen. Weil... Ich brauche ja keine kleinen Schilden. Ah, minus 54 hieß es. Jetzt müssten wir eigentlich Bier haben. Ja, wir haben drei Bier. Das ist gut. Die müssen dann an die... Oh, bei der Taverne müssen wir jemanden anstellen. Müssen an die Taverne gehen. Und dann können wir hier das im Auge behalten. Ja, wir haben genügend Bretter. Früher oder später ist dann das Tavernenbedürfnis plötzlich erfüllt. Da sitzt einer. Guck mal, da sitzt einer. Und... Ja, cool. Cool. Da sitzen noch mehr. Also ist noch einer gekommen. Sehr gut. Sehr gut. Da kommt Freude auf. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Nehmen wir vielleicht mal die Tischlerei da. Da. Ja, die können wir upgraden. Jawohl. Und dann schauen wir, ob wir gleich noch was upgraden können. Ja, da fehlen Dachziegel. Na toll. Dachziegel. Müssen wir mal wieder produzieren lassen. Haben wir denn noch Lehm? 28. Gut, dann muss ich nur hier einen einstellen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn jetzt gerade Bier da ist. Und das Tavernenbedürfnis ist schon wieder nicht mehr erfüllt. Also das ist immer nur kurze Zeit erfüllt. Aber immerhin, unser erstes Haus Stufe 3 ist jetzt im Bau. Und was das Bier trinken angeht, trinken die künftig weniger Bier mit dem neuen Update. Und das heißt, es ist leichter, das Bierbedürfnis zu erfüllen. Vielleicht sollte ich auch gar keine Gerste mehr anbauen. Ich meine, ich lasse das jetzt mal laufen. Sagen wir mal noch dieses Jahr. Ich schaue vielleicht auch mal hier die Fruchtbarkeit an. Die ist ja doch ziemlich dürftig hier in meiner Gegend. Warum habe ich da oben? Ich glaube, da hinten ist das bessere. Na toll. Warum habe ich da oben angebaut? Weil das ein hübscher leerer Platz ist? Ich glaube ja. Hätte ich lieber in diese Richtung und in diese Richtung erweitert. Ich meine gut, ich habe, glaube ich, Flachs hier anbauen lassen. Hm, toll. Und da sah das ein bisschen besser aus für Flachs. Aber für Landwirtschaft ist diese ganze Gegend hier eigentlich schlecht. Ja, da werde ich vielleicht überlegen, ob ich künftig auf, ja, halt notgedrungenen Weizen... Roggen ist ganz gut. Roggen ist noch am besten. Aber diese Felder hier sind totaler Murks eigentlich. Da frage ich mich, was hat mich da geritten? Ob ich allein auf Brotgetreide umsteige, um halt Brot zu haben. Und die anderen Sachen, Bier, kaufe ich ein. Und Klamotten mache ich aus Wolle, dass ich mehr Schafe und natürlich Felle gehe. Gucke ich mal, wie das mit dieser Roggenfruchtbarkeit ist. Dünger, Bäckereien, Roggenanbau. Ja. Vielleicht nehme ich das nächste Mal dann den Roggenanbau. Vielleicht. Hier gibt es auch noch interessante Sachen mit Pelzproduktion. Honig hätte ich auch gerne. Und so weiter. Aber Roggen würde hier Sinn machen, weil das ist halbwegs fruchtbar. Und diese Felder lasse ich jetzt mal laufen und werde dann nochmal drüber nachdenken. Und nicht vielleicht die Landwirtschaft einfach in diese Bereiche erweitere. Und da hinten die Felder abreiße. Wald pflanzen lasse. So, habe ich denn jemand bei den Bären schon wieder angestellt? Ja, und wie? Da braucht man gar nicht so viel. Und der Kräutergarten? Den kaufe ich jetzt mal. Falls jemand krank ist. Die Tischlerei. Das ist unser Level 3 Haus. Wow. Da haben wir es. Da ist auch gleich eine neue Familie eingezogen. Sehr schick, sehr schick. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Da kann ich wieder was bauen. Und hier, das da. Auch, muss man gleich mitnehmen. Wenn schon mal Bier da ist und genügend Dachziegel und Blätter. Dann wird hier so viel wie möglich. Und jetzt fehlt es schon. Jetzt gucken wir mal. Hier wird gearbeitet und die Stellen schick. Wunderbar. Also, ich dachte so, dass ich hier den Ortskern alles rund um diesen Anger an Häusern ausbaue. Und die anderen Häuser, die bleiben dann eher Level 2. So, ich wollte auch neue Häuser bauen, damit unsere Dorfbevölkerung wachsen kann. So, ich denke mal, das mache ich hier. Ups. Mache ich hier einen Weg. Ein bisschen schräg. Und dann bauen wir da Häuserchen. So. Ja, das ist doch ganz passabel. Oder mache ich noch weiter hinter. So. Damit die Gärten größer sind. Da reichen erst mal drei. Es reichen erst mal drei. Und danach mache ich dann hier noch welche. So. Ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen Geld. Hier habe ich den Garten. Und hier habe ich den Hühnerhof. Da habe ich noch nichts. Ich denke mal, da kann ich auch noch einen Hühnerhof machen. Wenn das mal mit der Bretterproduktion besser funktioniert, dann würde ich vielleicht noch eine zweite Tischlerei machen. Und dafür werde ich mir hier wohl noch was freihalten in dem Bereich. Das ist dann das Handwerkerviertel. Oh ja, jetzt fehlt nur noch Geld. Und ich könnte es upgraden. Das Tavernenbedürfnis ist abgedeckt. Ja, Händler, verkauf mal was. Ganz schnell. Dann haben wir ja auch bald die nächste Stufe erreicht. So. Na, dauert ein bisschen mit dem Geldverdienen. Plus vier reicht nicht. Ja, das läuft noch ganz gut hier. Der Preis ist in Ordnung. Vielleicht ist schon die nächste Folge, die ich mache, mit dem Update. Und dann läuft der Handel wahrscheinlich besser. Dann läuft einiges besser. Ich finde das ja irgendwie eine super coole Sache, dass da mal ein Entwickler ein Update macht, wo fast alle Punkte, die da beackert werden, sinnvoll scheinen. So, was die Kämpfe angeht, das kann ich nicht beurteilen. Aber alles, was irgendwie mit meinem Gameplay zu tun hat, würde ich sagen, hey, super. Ja, tolles Update. So, ich habe gerade noch bei der Wehberei einen eingestellt, damit wir auch Garn haben, wegen der mehreren Kleidungstüte und so. Ja, hier, das geht jetzt Schlag auf Schlag mit den Level-3-Häusern. Diese Gemeinschaftsordnung ist irgendwie so optisch, ist diese Seite nicht so ausgewogen, finde ich. Den würde ich lieber hier unterbringen. Vielleicht kriege ich ihn ja da noch unter und dann kann ich ihn da abreißen und hier noch Häuser hinsetzen. Und diesen Speicher fand ich ursprünglich gut an der Stelle. Den sollte man entweder mal ausbauen oder ihr hattet mir auch gesagt, dass die Stellen hier nicht so günstig sind. Und ich glaube, damit habt ihr recht. Die werde ich nach und nach verlegen und dann kann hier vielleicht das Nahrungsmittellager in ausgebauter Form, da sieht das auch richtig cool aus. Jetzt gucke ich mal erst, ob ich diesen Gemeinschaftsofen umziehen lassen kann. Hier mal gucken. Das ist, glaube ich, die Bäckereien. Aber als nächste Erweiterung will ich ja Roggenanbau wahrscheinlich haben. Dann gibt es also keine Hinterhofbäckerei. So. Wir bleiben dann also beim Gemeinschaftsofen. Das wäre hier. Und da passt er doch gut hin. Er füllt doch prima diese Lücke. Dann kann ich den sogar abreißen, weil aktuell haben wir ja für den auch gar nichts zu tun. Das Brot ist alles längst gebacken und aufgegessen. So. Ich gucke mal. Hier mache ich ein oder zwei Anbindebalken. Es wird dann auch bei den Bauernhöfen zwei Plätze für Ochsen geben. Da braucht man nicht so viele Bauernhöfe. Ich habe ja nur so viele Bauernhöfe wegen der Ochsen. Also, wo sind die Anbindebalken? Mache ich immer gern mit ein bisschen Abstand zum Weg, weil es da sonst leicht Staus gibt oder so. Oh. Siedlungsstufe erhöht. Super. Super. Eigentlich reicht hier einer. Ich mache da nur einen. Und den baue ich dann zum Stall aus. So. Jetzt. Tja. Ich nehme mal den Rocken. Und baue dann meine ganze Landwirtschaft um. Weil das so keinen Sinn macht, wie ich das gemacht habe. Ich könnte hier gleich mal dieses Feld, das jetzt sowieso brach liegt, abrassen. Und da haben sie ja was angebaut. Und das lassen wir natürlich wachsen. Liegt hier gerade gar kein Sprach. Ja. Oh, wir haben jede Menge Gerste angebracht. Uhuhuhu. Tja. Na, vielleicht kann ich vorübergehend ein Haus zur Brauerei machen. Bis die Gerste verbraucht ist. Wir können auch mal hier beim Handel gucken. Aber ich glaube, das Bier ist nun unwesentlich teurer als Malz oder Gerste. Also das Bier kostet 18. Und Malz wäre dann wohl hier. Malz kostet 14. Na ja, gut. Ist ein bisschen billiger. Und Gerste kostet 12. Ist schon ein Unterschied. Das heißt, man könnte dann einfach statt fertiges Bier, könnte man Gerste kaufen und die Melzerei im Betrieb halten. Und eine Brauerei. Würde wahrscheinlich Sinn machen. Und jetzt wächst es hier auch ordentlich. So wie das soll. Ist das nicht schön? Oh, und da sieht man ein Flaxfeld. Jawoll. Wie idyllisch. Supergut. Ich denke mal, ich nehme mir dann als nächstes vor, also als nächstes größeres Projekt, die Felder in diese Richtung und hier zu erweitern. Also zusätzliche Felder. Und diese da hinten, die kommen dann weg. Und jetzt schauen wir hier nochmal. Da wäre ja schon auch nochmal ein fruchtbarer Bereich. Vielleicht könnte man da so ein kleines Rundling-Dorf hinbauen. Die sind irgendwie nett und hübsch. Oder auch hier. Da. Einfach so ein Mini-Dorf. Das sich weitgehend selbst versorgt. Mit Feldern drumherum. So ein kleines Dorf. Wobei hier die fruchtbare Zone fast zu klein ist. Da muss ich mal drüber nachhirnen. Was sagt die Roggen-Fruchtbarkeit? Die ist hier gut. Roggen kann man gut anbauen hier. Da ist die Fruchtbarkeit auch größer. Na, man kann hier noch viele schöne Sachen machen. So ganz entspannt und gemütlich. Und zwischendrin gibt es dann bestimmt immer mal wieder Videos von mir mit... Ja, wo ich schneller was baue. Wo ist der Jäger? Da. Gut, da arbeitet jemand. Alles in Ordnung. Und jetzt zum Abschied machen wir das endlich mal. Das habe ich nämlich die ganze Zeit noch nicht gemacht. Hier. Mit dem komischen roten Typen durchlatschen. Das ist doch hier nochmal was ganz anderes. Ich lasse hier mal ein bisschen bis zur Kneipe. Sehr cool. Gucken wir, ob man ihn sieht, wenn man ihn rückwärts laufen lässt. Aber wenn man so macht... Ah, der dreht sich gleich wieder weg, der Typ. Jaja, der will wohl nicht gesehen werden, der Schlingel. Zumindest nicht von vorne. Okay, ich würde sagen, das war es mit dieser Folge. Wir haben viel erreicht. Wir haben eine Kneipe. Wir haben Bier bestellt. Da wird, glaube ich, das nächste Bierfass geliefert. So ist recht. Wir haben Häuser mit Level 3. Das ist doch toll. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt noch hier schnell... Nein. Ah, es fehlt wieder Geld. Zu viel Geld ausgegeben. Das Geldverdienen müssen wir noch optimieren. Aber das kriegen wir auch noch hin. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!